Herzlich Willkommen! Gott wird niemanden ablehnen, der ihn aufrichtig sucht. Wir möchten dich ermutigen, deine Sorgen und Nöte zu ihm zu bringen. Er kann dir helfen und wird dich nicht im Stich lassen. Oh ja, er wird dich nicht im Stich lassen. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Heute ein Thema. Glaube ist nicht die Verleugnung deiner Gefühle. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Glaube ist nicht die Verleugnung deiner Gefühle. Da möchten wir zunächst mal aus Philemon 1 Vers 6 lesen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiterwächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Wie reich hat uns Jesus beschenkt. Glaube ist nicht die Verleugnung deiner eigenen Gefühle. Das meinen wir manchmal. Wenn ich glaube, dann darf ich keine Emotionen mehr haben. Dann darf ich keine Schmerzen mehr irgendwo haben. Ich muss alles unterdrücken. Ich muss die Frustration unterdrücken. Ich muss alles Negative, die negativen Emotionen, ich muss alles unterdrücken, weil der Glaube ist stark und so weiter. Nein, du musst das nicht unterdrücken. Die Lösung liegt nicht in der Verleugnung deiner Depressionen und so weiter. Nein, die Lösung liegt in der Erkenntnis der Realität, dass du in Jesus lebst. Dass da die Kraft drin ist. Bei Herausforderungen haben wir mehr Grund, uns zu freuen, als uns von den negativen Emotionen fessen zu lassen. Lass dich nicht fesseln von negativen Emotionen oder Depressionen oder irgendwas. Das ist für uns immer das, was stärker ist, was wir sehen, was wir fühlen. Ich sage dir, die Lösung ist zu wissen, dass Gott stärker ist, dass Gott die Kraft hat, dass Gott mit dir ist. Danke, Herr, dass du mit jedem bist, der jetzt zuschaut. Ich danke dir dafür. Und Herr, all die Schmerzen, Depressionen, all das Zeug, was uns irgendwo niedermachen möchte, Herr, es ist wirklich Realität und es ist da. Aber die Realität, dass du die Lösung bist und die Kraft hast, Herr, über alles eine Entscheidung zu treffen und schon getroffen hast, Herr, dass du Wunder tust. Ich danke dir dafür, dass diese Kraft viel, viel stärker ist. Lass uns diese Realität erkennen und auch leben. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe und haben uns geschrieben und wir beten gerne für sie. Eine Frau hat einen inoperablen Krebs und bittet um Gebet. Ich habe seit März einen Eileiterkrebs, der nicht operiert werden kann. Deshalb bitte ich um ihr Gebet, denn ich weiß, für Gott ist nichts unmöglich. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Ja, Jesus, bei dir ist nichts unmöglich. Und wir bringen dir jetzt diese Frau mit diesem Eileiterkrebs, wo die Ärzte gesagt haben, es ist nichts zu machen, aber du kannst es. Und wir danken dir einfach für deine Hilfe, dass du diesen Krebs besiegt hast am Kreuz und dass dein Heilungsstrom jetzt fließt durch diese Frau hindurch. Danke, Jesus, dass jede Krebszelle verschwindet und entmachtet ist durch das Blut Jesu. Und wir danken dir für deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ein vierjähriges Kind hat schon grauen Starr. Da kann nur Gott helfen. Eine Mama schreibt Folgendes. Bitte betet für unseren vierjährigen Sohn. Letzte Woche wurde bei ihm auf einem Auge grauer Starr diagnostiziert. Wir sind sehr besorgt. Jesus, ich danke dir, dass du auch da eingreifst, bei diesem Kind, wo die Eltern so besorgt sind. Danke, dass du deine Heilungskraft jetzt in diesem Auge spürbar machst und dass du eingreifst. Danke, Jesus, dass dieses Auge in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt und wiederhergestellt wird. Danke, Jesus, dass du auch die Sorgen dieser Eltern wegnimmst, dass sie ihr Vertrauen auf dich setzen und dass die ganze Familie in deiner Hand ist und dass du dieses Kind segnest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und am Telefon heute bis 13 Uhr. Ein Mann hat Probleme mit Diabetes und bietet um Gebet. Ich leide an Diabetes 2. Es wird jetzt so schlecht, dass ich bald spritzen muss. Meine Tochter hat vor zwei Jahren Diabetes 1 bekommen. Außerdem habe ich einen Leistenbruch. Ich bete um Heilung. Ja, wir beten mit um Heilung. Herr, danke, Herr, für Diabetes 1, 2 und Leistenbruch, Herr, was in dieser Familie ist. Und danke, Herr, dass wir glauben, Herr, dass du berührst, dass sich normalisiert, dass alles wieder funktioniert, auch der ganze Zuckerhaushalt in den beiden. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und glauben dürfen, dass du Gebet hörst und erhörst. Amen. Vertrauen in Gott. Eine Frau schreibt Folgendes. Bitte beten Sie für mich. Ich habe so schreckliche Rückenschmerzen. Die Ärzte verschreiben mir Medikamente mit Morphium. Aber ich glaube, unser mächtiger Gott kann mir besser helfen. Das glauben wir auch. Danke, danke, Herr, dass du der mächtige Gott bist. Und Herr, wir bringen dir diesen Rücken, Herr, diese Schmerzen. Und danke, dass die Nerven wieder Platz haben, dass die Wirbel richtig sitzen, die Bandscheiben richtig funktionieren und dass die Schmerzen verschwinden. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch eine physikalische Heilung stattfindet, dass das ganze Rücken wieder richtig gesund und fit ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich freue mich auch, euch an meiner Seite zu wissen und dass ihr für mich gebetet habt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und das tun wir gerne. Ein Ehepaar. Beide hatten Krebs und wurden geheilt. Wie erstaunlich, wenn zwei oder wenn ein Ehepaar gleichzeitig geheilt wird. Unsere Tochter und unser Schwiegersohn hatten beide Krebs. Es war auf Leben und Tod. Allein Gottes Gnade ist es, dass die beiden wieder arbeiten können und dürfen. Gott hat Großes getan. Am Samstag feiern wir den 55. Geburtstag unseres Schwiegersohnes. Danke. Wie wunderbar. Gott tut Wunder und das darf man erleben. Unser Auto ist 25 Jahre alt und musste zum TÜV. Bis vor kurzem brannte auch eine Warnlampe des ABS. Wir bekamen eine neue Plakette. Danke himmlischer Vater für diese Gnade. Ja, und das ist eine besondere Gnade bei einem 25 Jahre alten Auto. Von ständigem Gerstenkorn geheilt. Eine Mutter berichtet. Vor einigen Wochen bat ich um Gebetsunterstützung. Mein neunjähriger Sohn hatte ständig aufeinander folgende Gerstenkörner. Sonntags wurde für die Gebetsanliegen gebetet. Im Livestream war ich dabei. Am Montag kam wieder ein Gerstenkorn. Es wurde im Laufe des Tages dicker und roter. Und dann geschah etwas sehr untypisches. Innerhalb von wenigen Stunden verschwand es komplett. Seitdem hat mein Sohn kein Gerstenkorn mehr gehabt. Dank sei Gott für dieses Wunder und euch für die Gebete. Ja, das erleben wir immer wieder. Das kurz bevor der Durchbruch ist, für eine Heilung, für eine Lösung, wird es kurzzeitig immer schlimmer. Ich glaube, das ist wie ein Test. Haltet man durch, glaubt man weiter und dann ist es weg. Und das war auch in diesem Fall so. Hast du was erlebt, das du uns mitteilen möchtest? Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, wir hatten es. Glaube ist nicht die Verleugnung deiner Gefühle. Und das soll es auch wirklich nicht sein. Sondern der Glaube ist eigentlich, an die Lösung zu glauben, selbst wenn es noch wehtut, die Lösung zu glauben, dass Gott größer ist, dass Gott kann. Ja, lass die Gefühle zu und freue dich. Du darfst uns gerne deine Anliegen schicken und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, wie wunderbar. Wir glauben auch für dich für eine Lösung. Auch sonntags. Du kannst gerne vorbeikommen. Sonntags nach dem Gottesdienst. 10 Uhr beginnt er. Nach dem Gottesdienst beten wir gerne persönlich für dich. Sei gesegnet und wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen am Sonntag zum Gottesdienst. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Das und noch vieles mehr findest du auf Deutsch.